Wann ist Taqlid im Fakir erlaubt und wann verboten? Taqlid ist allgemein nicht erlaubt. Da wird Taqlid es nachmachen und nachahmen in der Religion. Und Taqlid bedeutet, du praktizierst, ohne die Beweise zu kennen oder ohne Beweis zu folgen. Nur weil jemand etwas sagt, dann sagst du, ich mache ihm nach. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, es kommt ein Imam und der macht bestimmte Bewegungen. Die Leute fragen ihn nicht, warum und wieso und wo ist der Beweis. Was er macht und so. Ich meine, es kann sein, dass er seine Beine nach oben streckt während des Gebetes, die machen nach. Jetzt überleg dir, wirst du das für richtig halten als Moslem? Egal was dein Imam macht, dann machst du wie er. Jeder Moslem wird sagen, halt. Aber es kann sein doch, dass der Imam selber etwas nicht weiß oder Fehler macht oder vergessen hat. Deshalb, barakallahu fikum, wir müssen nach dem Beweis suchen. Aber wenn wir in bestimmten Themen selber kein Fachwissen haben, dann folgen wir den Gelehrten und den Ulema, die die Religion mit Beweisen erklären und die vertrauenswürdig sind. Und wenn man sagt, man darf das Glied machen, das bedeutet, ohne Beweis jemanden nachmachen, dann müssen wir erstmal die Sahaba nachmachen und nicht andere, weil sie den Propheten gesehen haben, sallallahu alaihi wa sallam, und sie haben von ihm alles gelernt. Deshalb, zum Beispiel jetzt, ich sage, ein Hadith ist so und so, diese Belieferung ist schwach. Kannst du wissen, ob das schwach ist oder nicht? Du kannst nicht. Aber weil du Vertrauen zu mir hast, und du weißt, dass ich die Sache nicht so einfach sage, deshalb sagst du, ja, er hat das gesagt und er hat das von jemandem genommen. Heya, folgen wir den Gelehrten, ohne dass wir das Fachwissen haben. Das geht. Aber nicht jetzt, in Bereichen von Aqida. Du musst deine Aqida lernen. In Bereichen von Themen im Islam, die jeder Muslim wissen muss. Das darfst du nicht nachmachen. Du musst das lernen.